So, wo meinst du hier noch was, ja? Dann können wir loslegen, oder? Ja, wie gut, man? Let's go! So, hoffentlich Imposter. Jetzt bin ich plötzlich Imposter. Ohhh.. được. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ihr könnt ja nicht mehr gewinnen, daher. Oh mein Gott, richtige Blamage. Ich hab die ganze gar keinen gesehen, so. Ich dachte, das ist ein bisschen komisch und so, und jetzt mit der Himmel, ey, was. Ich hab den ganz schön gelaufen, ich merke, in Spitzel, dunkler rum und oben in den oberen Antrieb war Maxi tot. Wieso hat den niemanden gefunden? Und ist dann wieder abgehauen und ist dann wieder abgehauen. Dann hab ich ihn weggemacht. Nee, ich hab die ganze Refrataß gemacht, ich hätte keine Angst zu dir. So, vielleicht jetzt wieder Impostor, das wäre geil. Ja, das ist ein bisschen. Ich hab die Tasse. Ich hab die Tasse. Das ist schon. Oder können wir schon. Nein, können wir nicht. Oh, Klux. Was ist denn das? Es ist ein Name nicht. Ich werde etwas von ihm getötet. Was ist das? Maxet, Soldat. Okay, was ist passiert? Ach, noch wo seid ihr? Bist du im Stream? Nein, ich nehme einfach mal ein bisschen auf. Ach so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Task gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich gesehen habe. Dann bin ich in Afghanistan rumgestanden. Maxi, wo hast du denn wen gesehen? In der Elektrik, die hat er geschrieben. Ich bin von Sicherheit runtergekommen. Also ich kann, ich kann, diesen Max kann ich safen. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ja, Maxet, der war bei mir die ganze Zeit. Ja, das bin ich. Ich habe vergessen, nochmal zu ändern. Ja. Merkst du, und Soldat war auch zum Ende hin da, aber ich weiß nicht, wann, wie der kam, wann der Kill war. Aber der war auch dann bei uns. Ja. Heißt, safe Soldat. Aber Soldat war der zum Ende hin bei uns. Mein Pain war mit mir die ganze Zeit. Also er hat den Kill nicht gemacht. Also ich kann safe Max hat safen, der war die ganze Zeit bei mir. Und wie gesagt, zum Ende hin kam er da. Also ich sagte, Soldat. Geh weg kurz. Nein, ich will es aber nicht, geh weg. Also safe Soldat, Soldat. Komm, wer noch schreibt, wo? Oh, mit Fragezeichen, ne? Ich sagte auch vorne. Oh, wenn, 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 wenn jemand mit Fragezeichen, wenn Soldat Fragezeichen macht, ist er ein Poster. Das ist, das ist immer so gewesen. Külix, du warst beim Licht am Stehen. Und jetzt, und jetzt Soldat, was war ich da? Warum, hä? Ah, safe Soldat. Immer wenn er mit Fragezeichen macht, ist er so, ist er ein Poster. Ist Soldat. Ja, Soldat. Wie er noch die Schulter auf mich schiebt. Da. Wer, wer sagt gerade noch Soldat? Wer hat gerade noch Soldat gesagt? Ich. Wer ist ich? Max ist, Max. Also, okay. Nagato, deine Stimme ist neu daher. Ich mach doch immer. Neu? Komm, wir machen mal, wir kicken mal jemanden raus. Ha. Gönn einmal, bitte. Gönn einmal, komm. Bitte, 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 bitte. Gönn, U. Und? Oh mein Gott. Was hab ich gesagt? Danke. Dunkle freut sich. Okay. Das ist schon mal gut. Ich bin jetzt stumm geschaltet. Oh, jetzt muss ich Angst haben. Noah nochmal Imposter. Kommt hin. Ich glaub nicht, dass Noah wieder Imposter ist. Ich mach mal hier die Tasks. Den da, solange die da. Hab ich die Tasks gemacht? Keine Ahnung. Noah ist hier. Noah, Klax. Mach set. Okay. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klax ist tot? Nobosa. Und Nobosa. Nein, ich weiß sicher nicht. Wer hat gerade gesagt, Nobosa war das? Noah? Nein. Junge, Payne, ich war die ganze Zeit mit dir. Was ist daran? 100%. Ich hab dich nicht gekillt. Und Nobosa kann mich auch safen. Hä? Aber ich muss einfach sagen. Ich war mit, äh, Klax die ganze Zeit. Also bisschen. Und dann war Max Head auch dabei. Du warst auch lieber Klax. Ich war. Jaja. Hm. Aber woher wusste Payne, dass da jemand tot ist? Ey, warum soll ich Payne? Jungen, Digga, ist so wie du lost. Warum? Also er will sagen, dass, äh, dass du, äh, dass du, äh, dass hier, äh, dass er weggerannt ist und nur Tür zugemacht hast, aber er, er nur durchgerannt ist. Warum? Okay. Ist jetzt schwierig, wie man votet. Ich war dran, Nobosa. Hab gerade nur einen Test gemacht? Ist es doch Noah oder was? Junge. Ich weiß, nein. Ja. Ja, es ist Noah, sagt er. Von Max Head und so hört man ja gar nichts. Also Dings war, Nagato war eigentlich plausibel. Also, Nagato, dieser Mag-Shit war immer mit dir, Nobo. Am Anfang an. War ich ja immer mit dir. Ich hätte dich easy killen können. Ja, das stimmt. Aber du kannst ja zweit Imposter sein. Daher. Aber okay, dann ist es Noah. Weil ich, wie gesagt, am Ende habe ich dich ja mit Klacks gesehen. Wie er zu dritt. Und der war dann plötzlich gekillt. Aber Payne sagt ja gerade. Eine Sekunde Klacks gesehen, als er vorbei gelaufen ist. Und dann nie mehr. Ich will nicht ausprobiert werden. Ich will noch ein paar Leute abschlachten. Bitte lass mich im Spiel. Jetzt habe ich gar keine Ahnung. Ich glaube, jetzt wird mich jemand killen. Oh, bei mir leckt das komplett. articulate. Oh ja,viige. Oh! Oh, das ist allesług. Das ist Tae Edward. Oh! Ich bin jetzt da noch. Okay, das ist irgendwie Please. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Maxi, Digga. Maxi, es ist Maxi. Die... Ich vertraue mir, es ist... Ja, ihr habt doch gesehen, dass das Maxi war. Wie blöd seid ihr? Jetzt habt ihr verloren, weil ihr einfach behindert seid. Noa, du darfst nicht reden. Ja, wo ist es doch eh schon vorbei? Aber das hat der Maxi richtig gut gemacht. Ich habe es auch nicht verstanden, warum der Payne einfach auf Noah gegangen ist. Der hat doch mich vor euch getötet. Vor allem. Habe ich das falsch gesehen? Nein, man hat es nicht gesehen. Man hat es nicht gesehen, weil wir alle auf einem Fleck waren. Okay. Ich habe es gesehen. Ich habe gedacht, ihr habt es auch gesehen, dass es Maxi war. Ja. Nee, du hättest mal in den Chat gucken müssen, nur Payne hat die ganze Zeit deinen Namen gespammt. Das ist ein Kralhof. Ja, das war alles nur wegen Payne. Der hat ja alles mal falsch analysiert. Ja, Payne bitte nächstes Mal besser machen Payne. Payne, ich bin nicht. Machst du jetzt mal besser genau. Maxi hat mich bezahlt. Leute, aber wenn ihr jetzt nicht ordentlich spielt, wenn es wirklich so stimmt, dass ihr so, keine Ahnung, so Absprachen macht und euch beschützt, dann wird es keinen Spaß machen. Nein, der hat ihn nicht bezahlt, er macht Spaß. Ja, aber trotzdem. Das war nur Spaß. Okay. Nein, nein, nicht bezahlt, aber nur so, wenn ihr wirklich Absprachen macht davor. Nobu ist weiter dein Brot. Nee, es ist ein klein. Obwohl, Brot habe ich auch hier. Toast habe ich hier. So, let's go, wir gehen machen weiter. Nein, er hat verkackt, deswegen sagt er Ausdruck. Das ist geil, die Runde fing an und dann kam ein Ding aus dem Band raus. Einer ist raus, sollen wir das wiederholen? Ja, die Frage ist, ob zwei Impostor da sind und du nicht. Weil wenn zwei Impostor da sind, ist die Runde schnell vorbei. Genau deswegen. Und dann was sagt der Rest? Dann lass Meeting machen, jemand rausfutter und sehen, wie viele Impostor da sind. Also erstmal normal spielen. Komm, ich kann damit eh nichts anfangen. So, ich hab mal ein Meeting gemacht. Oh mein Gott. Da sind einfach schon drei draußen. Also, Nobu ist auf jeden Fall safe. Nicht? Wir waren die ganze Zeit zusammen. Dunkle und ich waren zusammen. Ich bin safe, wenn Nobu und Dunkle safe sind. Ich bin safe, dann Kulax und Pain. Warum bist du safe? Ich? Ja, ja, du. Ja, weiß ich halt selber, weil Besatzung halt. Bäh, wie lost. Wie lost. Ja, Junge, ich weiß ja von mir selber, ich bin Besatzung. Nobu dunkle, wenn die das so sagen, dann... Du bist Besatzung, okay, du bist Besatzung. Also, ich kann Dunkle safen, der war ja nie bei mir. Also, es muss... Was ist denn Pain rausfutter, weil der gefühlt immer Impostor ist? Dunkle, was denkst du? Ich will mal deine Meinung reinholen. Wir müssen hier abstimmen, wir müssen hier einen rausfutter. Es sind zwei Impostor. Ja, Pain. Pain, Pain, Pain. Weil der immer Impostor ist. Du bist so ein cooler Typ. Impostor ist okay. Er sagt... Entschuldigst, wo warst du die runter? Ich räume es gern. Ein Pain. Keine Ahnung, ich war nicht mit ihm. Pain, Pain, Pain. Noah, wo warst du? Äh, keine Ahnung, vergessen. Ich... Nee, warte, ich bin... Ja, vergessen. Ich bin rund gegangen gelaufen. Ich bin im Rundgang gelaufen, habe Nobu gesehen. Habe mit euch geredet, bin hochgelaufen. Voll mit dem hochgelaufen. Ich bin jetzt einfach fertig. Äh, Dunkle. Dunkle, weh Klacks raus. Klacks, Klacks, Klacks. Klacks, das ist spät. Wen hast du gewählt? Wen hast du gebotet? Pain war auch noch so, als wäre ich... Dunkle, für wen? Dunkle, für wen? Wir müssen gleich abstimmen. Pain? Ihr selbst. Ja, sagt auch noch, ihr ist ein Typ. Du bist... Der was? Es ist Klacks und Noah. Oh. Ihr seid zu los. Ihr seid zu los. Und dann ist der Pain und Noah. Okay, wir haben doch Verriet ja draußen. Das stimmt doch schon mal. Auf einmal ist es doch dunkle. Ach so. Boah, keine Ahnung, wie man die Tast macht. Das muss mir später eine erklären. Boah, dieses Argument. Boah, ich weiß von mir selber. Ich bin echt nur... Dunkle sind safe. Und wir müssen jetzt sein. Komma, du hast gesagt, du weißt nicht, wo du warst. Dann sagst du dir selbst, dass du es bist. Oder zieh nicht durch. Sei leise, du bist es. Jawohl, wir sehen. Komm, mach. Nur eine kurze Frage. Warum bist du aber eigentlich dann nicht mehr runtergekommen und hast die Task gemacht? Weil ich ein Meeting machen will, weil ich beweisen will, dass ich nicht bin. Und, also, und deswegen hast du trotz, dass die deaktiviert war, bist du einfach oben stehen geblieben. Ja. Und wenn ich ein Poster wäre, wäre es ja dumm, direkt Meeting zu machen, um mich direkt rauszuwollen. Du verstehst? Ja, aber nicht, wenn die kommen, sabotiert sind, ne? Deswegen habe ich ja gewartet, bis irgendjemand die fertig gemacht hat. Ich glaube, der wollte vielleicht gucken, dass irgendjemand gekillt wird. Warte, du sagst, weil du kein Imposter bist, ne? Und deswegen gewartet hast. Du gehindert. Ja, komm, vote für mich, die du gesehen hast. Vote. I love Kodex. Vote, vote, top. Die Sie-Runde gewonnen. Wenn es Kodex nicht ist, muss es Novo sein. Mach, mach. Novo muss sein? Novo muss sein? Für mich ist es Noah, ganz ehrlich. Ich glaube auch, es ist Noah. Nein. Mach mal vote für mich. Es muss Noah sein. Wieso seid ihr so behindert? Ich verstehe es nicht. Wee. Dumm, 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 dumm. Wer hätte das gedacht, dass Kodex Imposter ist? Ja, Noah, deine Argumente waren so behindert. Das sind so viele. Ja, das tut mir leid, Noah, deine Argumente, die waren echt mies. Also. Meinem Leben. Ich schwöre. Okay. Wie macht man jetzt die, wie macht man die Tast da unten? Die habe ich nicht hinbekommen. Ja, du musst halt einstellen, der Funk halt, richtigen Funk einstellen, damit man es ja genau hört. Okay. Hm? Also, ich muss das drehen, oder was? Du musst einfach ein bisschen drehen und dann gucken, ob es sich richtig anhört. Ich höre aber nichts. Es ist stumm geschaltet. Ja, nee, guck mal. Ja, dann musst du gucken, wie die Linien dünn oder fett sind. Die müssen einfach sein. Okay. Ohne Sound, Leute. Da funktioniert das nicht. Ich spiele auch ohne Sound. Das ist schwierig. Ich spiele immer mit Sound. Ich auch. Mit Sound ist doch viel besser. Ich habe mal Saub angemacht. Ich meine, erklären, wie das jetzt abläuft mit diesen Sachen, also mit den Klubs. Da gehen noch zwei Leute. Es ist doch ein, zwei, drei, vier, vier. Wir sind zu acht. Ne, muss ich machen, ich kann wieder da reinkommen. Wo ist der Afghane? Hm. Ich glaube, da ist keiner mehr. Komm, machen wir mal einen in den Postleinrunde. Wenn es keinen Spaß macht, dann hören wir auf. Bef.